Lässt du mir jetzt? Ich komme raus! Ja, geil! Du gehst da einfach rein, ich habe Lava platziert, ne? Deswegen... Ha! Halb ich jetzt! Bist du tot? Ha! Hey Leute, dann herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brava Quadro mit dem Herrn of the Stories Und heute werden wir kämpfen, also los auf den Server 3, 2, 1 3, 2, 1 Go, go, go! Wir haben eine Falle, wir werden uns jetzt eine Falle vorbereiten Oh ja, ganz wichtig Weil die Falle, weil wir haben zu schlechtes Verkür für die Und deswegen machen wir jetzt eine Falle Wir brauchen einen Haken Ich hoffe, man macht das jetzt richtig Ähm, das war glaube ich so, oder? Ja, das war... Hier würde ich die Falle machen, also hier das Ding, so Und der Block soll weggezogen werden Der Block, okay Dann mache ich diese Wand weg So, mach mal hier dann noch einen Block ran, bitte Ja, ja, ich brauche hier mal das Dirt weg Ich muss ein Dirt weg bauen Sonst haben wir ein Problem Da mache ich... Ich habe gerade zugemacht Ich mache da alles weg Dann vergrüße ich kurz mal Nur für den Anschein ein bisschen Äh, das Ganze Damit sie denken, ja, das ist normal So, und jetzt machen wir das mit den Haken Warte Warte, ich mache lieber noch tief Falls sie Fehlerfall haben Äh, ich habe keinen String Äh, warte String... Ich habe auch gerade keins Das liegt bei uns in der Dings, in der Tour Amt vor Wird jetzt... Wird jetzt draußen jetzt gerade... Wird jetzt draußen gerade... Es ist... Es ist nicht Nacht Es ist ein Zombie, ne, ne, aber kein... Ok, ne, 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 ne Ich... Ich riskiere es nicht Ich will nicht, dass die jetzt bei uns in der Nähe spawnen Ne, ne, ne Ähm, ich mache das jetzt einfach so, dann... Laufen wir einfach dorthin Ähm... Ok, dann brauchen wir dann Pisten Pisten, Pisten, Pisten Ich hoffe, wir haben... Also wir brauchen auch... Nein, wir brauchen nur einen Pisten Wir müssen den nur hinziehen Scheiße... Ich glaube, ich habe nicht, äh... Genug Dings Kannst du mir eventuell gleich eine Spitzhacke runterwerfen? Ja, kann ich Moment, aber jetzt noch nicht Doch, ich schmeiß die jetzt schon runter Ok, warte, ich schmeiß die jetzt runter Danke Äh, doch... Das ist der falsche Block Ähm... Ich brauche einen Pisten Das war... Holz Redstone Nein Nein Hast du Redstone? Ja, ich weiß, dass alles in der Tür liegt Wir waren so doof, haben nichts mitgenommen Ich laufe jetzt einfach Wenn die Joiner sollten, dann sind wir tot Wenn nicht tot Da ist ein... Creeper, aber kein Redstone Ich brauche nur einen Redstone Verdammte Ich brauche nicht mal Sticky Pisten Weil da Pisten Man muss ja... Nur da... Zurückziehen Okay Ich habe keine Spitzhacke mehr Ich glaube, dass... Ich komme nicht nach oben Ich habe keine Spitzhacke mehr Ich habe keine Spitzhacke mehr Das ist auch ein Problem Das ist auch ein Problem Wenn die jetzt joinen und wir nicht fertig sind Ich ratiert bin, ich muss laufen des Todes Nein... 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 Ich habe gedacht, da kommt jemand Aber das war der Team-Chest Ich laufe... Ich laufe zurück Wir sind... Noch eine Minute haben wir Weil vor... Insofern kann jeder Für ihn Oh Gott, ich kriege... Ich kriege da den Herzenfakt, Alter Ja, ich habe Redstone und das was... Und Strings Ich brauche nur einen String, damit ich das verbinde Wenn sie da drauf gehen Ich hoffe mal, das funktioniert Weil einfach nur das Redstone-Signal abgegeben wird Hm... Das ist halt keine Spitzhacke mehr Ich habe Strings Ich habe Strings Okay Ich war wieder dort Ich habe nur kein Essen Das ist mein ganzes... Ne, das ist egal Das ist egal Das gibst du mir dann, wenn sie joinen Also, ich muss jetzt kurz was probieren Ich muss gerade kurz was probieren Geht das mit der Redstone-Schaltung, wenn ich das so mache Nee, nicht wegschmeißen Weil ich grad nicht weiß, wie die Haken funktionieren Ja, du musst einfach nur die Haken komplett verbinden Nee, das funktioniert nicht Sodass, wenn da jemand reintritt Mit einer Redstone-Touch vielleicht? Nee, nee, du musst sie eigentlich... Jaja, aber... Die geben den Redstone... Die... Hä? Das geht nicht mal Das geht nicht mal, hä? Okay, das war zu spät Oh, oh Du hast es aufgesammelt Ich habe den Haken nicht Warte, ich habe es aufgesammelt Warte, ich habe es aufgesammelt Hier ist das Dingspunkt und da ist der Haken Oh, warte Oh, warte... Na? Ich habe auch... Hä? Da ist ein String, aber... Du schaffst dies Hä? Sie geht? Funktioniert nicht? Nee, die funktioniert auch nicht, ne? Geil Geil Andere Lösung Na gut, dann ist egal Jetzt musst du dich aber ein bisschen beeilen Jetzt musst du dich aber ein bisschen beeilen Da platzieren wir einfach einen Block drüber Normalerweise sollte der jetzt Powern, ja Na ja, powert sich Ich brauche noch einen Pisten, ich habe keinen Pisten Da... da... da muss... Ich habe halt kein Eisen mehr, ne? Du hast das Eisen Ich weiß, du hast das Eisen ab Ich habe keinen Stein Ich habe keinen Stein Gib mir Stein schnell Warte Hier Hier, hier, hier Da kam ein Stone Ist egal, sag nicht wo Noch nicht Wir sind noch nicht fertig Wir sind noch nicht fertig Wir sind noch nicht fertig Moment XT Gab ein Kleines XP Problem Ich weiß doch nicht wie ich das platzieren soll Mal Und, ey, das geht ja auch so Ich bin ja auch komplett behindert Ich bin ja auch komplett behindert Natürlich geht das so Ja, weil das ist ein Restaurant Du bist... Du schaffst dies Funktioniert Ja, sehr schön Das ist falsch der Block So, haben wir doch irgendwo... Warte, ich brauche hier nochmal vorlöscht Ne, mit dem, du kannst das doch durch machen Ne, 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 nimm einfach Polish Granite Da, ist offen Wir sind ja auch komplett behindert die warte ich nehme jetzt die stone bricks und jetzt ist auch hier wieder zu und hier auch wir bauen das einfach ein tiefer damit sie denken ja das ist da weiß schon was das ist einfach loch und jetzt bauen wir uns nach oben okay du weißt du bist leute müssen du brauchst du brauchst du diesen teil zu da jetzt also wir bauen uns ganz genau so hoch damit sie einfach runter laufen ja wir brauchen eigentlich noch eine türe sonst sehen die hier die drei dinge außerdem wollten wir die da ja eigentlich mitnehmen und erst platzieren wenn ich nicht ich hab das anders geplant gehabt es funktioniert so vertrauen ja das werden sie nicht bemerkt mir ist egal ob hier eine sache ist die merken das nicht ich habe was drauf gestiegen zack her so so ähnlich so so brauchst du wieder dass wir da rein springen können einfach gg was ist gerade passiert irgendwie da ist ein block drauf geplumpst ich komme da nicht weg warte hoch warte ist egal das soll passen ja der weg und jetzt bauen wir uns noch einmal nach unten warte mache ich da jetzt noch mal hier so ein pfingsterwumms dahin enderpoel equipen hast du alles gequipt ich habe schon alles gequipt ja alles wichtig ist gequipt okay scheinbar kurz 200 wir gehen dann einfach hierhin schau hier ist 200 200 einfach zu diesem crafting table da ist ganz genau 200 glaube ich ich habe ihm gesagt freie fläche damit ist hier wasser könnte man auch was zählen ihr habt nur kein essen hast du essen ich habe jetzt noch das da für dich ist egal wir brauchen kein das ist unser einzig den plan haben wir das problem ist wir haben keine lava alter aber das ist die einzige das ist so eine geile idee wir werden wieder reinlaufen schnell zurück und warte ich hole kurz das ist druckplatte jetzt habe ich vollkommen vergessen das war vollkommen gute idee von dir ich hab doch schon gesagt die platzieren wir erst wenn wir da runter rennen und die tür wir hinter uns zugemacht haben wir hätten eventuell noch obsidian als decke machen können ist egal damit sie sich von oben durchbauen wieso kommst du nicht die kommen doch gleich die sollen schon links da sein shadow of gaming hatten kill das wäre jetzt op wenn wir das schaffen sollten mit den mit der arbeit dann wäre das op da sind sie komm mit einlaufen oh mein gott oh mein gott ich wurde getroffen wir können reinlaufen komm reinlaufen komm jetzt komm jetzt ok ich komme oh gott alter gerade mal ganz kurz gerade mal ganz kurz sie graben sich rein ja ich komme raus ja geil du gehst da einfach rein die haben lava platziert ne deswegen halbes herz ist sie tot lauf einfach raus wo sind sie wo bist du schnucki wo bist du ich komm wieder zurück das hat sie einfach nicht ausgelöst ja ich hab's gemerkt gerade als sie reingelaufen bin ich bin da auch reingelaufen wieso hat sie das nicht ausgelöst weil daneben ein ding ist ein stein ach ja oh gott wir verfolgen mich gerade aber sie sind weit weg ich hab gut ähm zeit gemacht ich kann nicht ahren wo du bist ich bin fast wieder full wo du bist ich bin bei dem dorf was wir in der ersten folge gesehen haben oh geil das heißt irgendwo da hinten am spawn bist du wieder zurück gerannt oder was und lauf wieder dann ganz genau die richtung aber die machen wir das zu ist das problem ich kann nur in eine richtung laufen ich hab keine nur du bist ich hab kein wasser oh gott ja ich hab sie ein bisschen zurück geschlagen können alter das kann doch nicht wahr sein ich hab gar nichts zu essen ab irgendeine zeit bin ich tot oh nein ich lauf gerade zum spawnen hin ich bin ja gleich beim spawnen das ist ein typischer jo warte ich bin auch nicht da ich weiß nicht wieso sie immer schneller werden ok ich hab gedacht spring jetzt rein oh nein sie haben sich einfach durchgebaut so ich bin am spawnen ich bin tot ne bin ich nicht der hat mich der hat einen knockback auf dem schwert das ist mein vorteil grad gewesen ach ich lauf erst zu 200 komm zu 200 200 lauf hin ich bin tot ich bin grad am spawnen ich bin tot ich bin grad am spawnen angekommen und dann renn wir zurück Ich habe es einfach so aufgeregt. Okay, Leute, das war es mit diesem Projekt. Ich weiß, das war am Ende ein richtiges Durcheinander. Das war einfach nicht so. Ja, wirklich, so, Alter. Ich habe mich damit gerecht, dass du rausrennst. Ich war zu aufgeregt. Wenn ich so aufgeregt bin, dann... Ich habe es einfach so raus. Ich dachte mir so, was ist da los? Hätten wir das... Leute, hätten wir das bei der ersten Folge geplant gehabt. Insgesamt eine Falle zu bauen. Dann hätten wir mit Obsidian gearbeitet, damit sie oben nicht reinkommen. Damit sie durchkommen müssen. Aber das Problem war, wir haben das nicht gedacht. Also, Leute, ich kann nur dazu sagen, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, Leute. Ihr könnt mich dafür downhaten. Am Anfang haben wir... Warte mal, ich springe gleich aus dem Fenster. Wir waren am Anfang stabil. Ich habe sogar gute Bowhits verteilt. Dann hast du gedacht, einfach rein. Die hatten einen richtig guten Bogen mit drunter. Und ich habe sie überhaupt fast gar keinen Schaden gemacht. Mit dem Schuss erst mal anderthalb Kerl. Wir haben sie fast gar keinen Schaden gemacht mit dem Bogen. Wir haben sie bei jedem zweiten Schuss in einem halben Herz abgezogen. Ich habe halt Nebo noch mal ein paar Hits reingedrückt. Aber wahrscheinlich nicht... Ich habe auch reingedrückt, aber... Na ja, gut. So ist es beim nächsten... Wenn es ein nächstes Mal gibt, wird es besser. Hätte ich nicht die Enderpelle geworfen, wäre ich schon dort gestorben. Ich habe halt... Ich war halt mit dem Brille und habe dann halt wegen Leber gekämpft. Und was vergesse ich? Richtig, ich habe vergessen, vorher einen Gold abzuschneiden. Shame on me, Leute. Shame on me. Ich bin halt rausgelaufen, weil ich gedacht habe, das sind über uns. Das hat es auch so ausgeschaut. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie vor dieser Tür stehen. Die Frage ist, wer von uns da was hingesetzt hat, dass die Falle nicht aktiviert werden kann. Ich nicht. Du glaube, ich war das... Weißt du noch, wo du die Sachen zugebaut hast? Wo du diese kleine Wand zugebaut hast? Da hast du das, glaube ich, mit zugebaut. Am nächsten Mal muss alles besser laufen. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis später, Leute. Ciao. Haut rein.